Hallo! Wir sind in der Nähe von der Winde. Hallo! Nein! Hallo! Hallo! Das war's. Du, 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 du. Das ist also eine richtige Sitzenbleib-Achterbahn. Zumindest am Ende des Tages. Oder halt wenn du so an ganz leeren Tagen da bist. Wahrscheinlich auch. Weil die jetzt so Kapazität hat. Na, 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 na. Eulomia Eulomia Hallo. Hallo. Wie kommt das denn? Ach, da hinten sie auch. Also ich würde jetzt auch gerne mal rückwärts fahren. Ich würde jetzt gerne mal rückwärts fahren. Na, wo ist es? Das wird schon wieder nichts, aber... Endlich. Nein! Wir fahren schon wieder vorwärts. Und du fährst wieder deine Lieblingsrückwärtsfahrt, die du ihr nicht leiden kannst. Ich freue mich total. Ich riech aus dem Häuschen. Sollen wir nicht tauschen eben? Ja, ich riech aus dem Häuschen. Aua! Aua! Fajne, die Buschkitz, ihr Mare! . Oih, oih, oih. Oh, voll gegen den Busch mitzimmert mit meiner Hand.